Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir erst einmal eine Liste machen, damit wir wissen, was wir brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir erst einmal eine Liste machen, damit wir wissen, was wir brauchen. Gute Idee. Also, ich brauche auf jeden Fall neue Jeans und ein Paar T-Shirts. Gute Idee. Also, ich brauche auf jeden Fall neue Jeans und ein Paar T-Shirts. Gute Idee. Also, ich brauche auf jeden Fall neue Jeans und ein Paar T-Shirts. Okay, das klingt gut. Ich brauche auch noch ein Paar neue T-Shirts und vielleicht auch eine Jacke. Dazu vielleicht noch ein oder zwei andere Dinge, aber das können wir noch schauen. Okay, das klingt gut. Ich brauche auch noch ein Paar neue T-Shirts und vielleicht auch eine Jacke. Dazu vielleicht noch ein oder zwei andere Dinge, aber das können wir noch schauen. Okay, das klingt gut. Ich brauche auch noch ein Paar neue T-Shirts und vielleicht auch eine Jacke. Dazu vielleicht noch ein oder zwei andere Dinge, aber das können wir noch schauen. Super, das könnten wir dann in der Mall besorgen. Und was ist mit Lebensmitteln? Also, ich brauche auch noch ein Paar-T-Shirts.